Tja, und heute befinden wir uns mal am oberen Ende der Welt, quasi von unserer Welt aus gesehen. Da hinten ist der Rest der Welt und wir sind hier an der Spitze angelangt, hinter Steibis in Hoheneck auf der Alpe. Und da wird geheiratet. Also, was hier heute Abend so passiert, im rustikal-modernen Stil, das werden wir sehen. Aber top Aussicht. Also von dem her hat es sich schon mal gelohnt, hier raufzukraxeln. Mit dem Auto, versteht sich. So, hallo zusammen. Heute sind wir in Steibis, traumhafte Location, Alpe Hoheneck, bei Marina und Michael. Die zwei haben sich heute getraut, Ja zu sagen. Und wir sind mal gespannt, was der Abend so bringt. Was fummelst du da? Ich fummel? Ich stöpsel mich an. Also, wir haben hier hinten die zwei Drüschel. Das sind Michis Kollegen, alle. Ein bisschen mehr. Super. Das ist die erste. 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 Okay. Das ist die erste. Das ist die erste. Das ist die erste. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017